moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr bei co2 gratis emblemen bekommt und zwar ist es hier einmal dieses doritos emblem doritos charm und einmal vom mountain view die emblem was wir dafür machen ist leute ihr braucht twitter geht auf twitter drauf auf die seite einmal folgen dann geht ihr auf die doritos seite auch einmal folgen hier oben und dann leute geht ihr einfach hier als auf kommentare gibt genau das hier ein ich werde das auch in die video beschreibung packen könnt ihr reingucken macht antworten das gleiche macht ihr auch bei mountain view sobald ihr das gemacht hat das geht ruck zuck dort paar minuten kriegt ihr eine benachrichtigung dann steht hier zum beispiel dies die maß dann muss sie auf nachricht senden und hashtag doritos die jobs eingeben und dann kriegt ihr seht ihr ich habe 9 uhr 7 gesendet und habe dann 9 uhr 10 die nachricht schon bekommt dann kriegt ihr hier ein code den kopiert ihr geht auf diese seite gibt den code ein ich habe das jetzt schon gemacht darum wird das nicht klappen hier blablabla hat schon dieses bonus bekommen wenn ihr das dann gemacht habt eingegeben habt und angenommen hat dann müsst ihr einmal das spiel neu starten und ihr habt die zwei embleme so leute das war es mit dem kurzen video ich hoffe euch hat das video gefallen ich hoffe es gefällt euch falls ja dann lasst doch ein like da schreibt mir doch in die kommentare und ansonsten sehen wir uns beim nächsten video ciao